So Leute, heute haben wir nochmal Modern Warfare 3 und das nutze ich jetzt einfach mal, um meine Meinung zu Modern Warfare 23 zum Ausdruck zu bringen. Jetzt sind ja mittlerweile viele Details bekannt. Ich schätze mal, wenn ihr das Video hier seht, ist der offizielle Reveal auch schon gewesen oder es ist zumindest dieses Warzone-Event in vollem Gange. Ich habe die nächsten vier Tage jetzt nicht Zeit, ein Video aufzunehmen, deswegen dachte ich, mache ich das jetzt schon mal vorweg und ja, Activision war eh schon relativ großzügig mit den Infos, die sie bisher rausgegeben haben, beziehungsweise ja, sagen wir mal, leicht verfügbar gemacht haben, indem sie zum Beispiel manche Sachen einfach in irgendwelche Patchgame-Files auf dem PC gepackt haben, wodurch Leute, die dann halt leaken konnten. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben ein neues Modern Warfare 3, ich nenne es Modern Warfare 23, um, ja, einfach die neue Trilogie besser von der alten unterscheiden zu können. Ähm, Release-Termin wurde ja eh schon angekündigt, 10. November und bis zu eine Woche früher Early Access, ähm, das waren glaube ich bis zu acht Tage, ähm, bei Modern Warfare 22, das heißt 2. oder 3. November sollte dann Campaign Early Access sein. Und, ähm, ja, Beta war geleakt, weiß ich jetzt nicht, ob das dann auch schon in dem Reveal morgen bekannt gegeben wird, Beta war geleakt irgendwie für um den 10. Oktober rum. Was allerdings sehr schade ist, weil eigentlich dachte ich, ich hätte da quasi noch kein Game von, sagen wir mal, dem, äh, Release-reichen Oktober, aber Assassin's Creed Mirage wurde jetzt eine Woche vorgezogen und erscheint am 5. Das heißt, das wäre schon raus, wenn, ähm, die Modern Warfare Beta kommt, aber, ja, wie gesagt, mal gucken. Wenn das, äh, ich glaube das erste Wort nennen ist, wahrscheinlich eh wieder nur so Pre-Order only und vor der Beta werde ich das Game definitiv nicht pre-ordern. Ähm, ja, aber, ja, wobei, keine Ahnung, vielleicht werde ich schwach, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich mittlerweile wieder Bock, also ich glaube, ich bin jetzt nicht übermäßig enthusiastisch, wenn's, wenn ich an dieses Game denke, aber sagen wir es mal so, ich bin optimistischer als, ähm, letztes Jahr. Wobei bei letztem Jahr sowieso ja aufgrund des Namens einfach für mich schon klar war, hey, das Spiel, äh, werde ich nicht spielen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich mir die letzten 10 Jahre Call of Duty angucke, dann, ähm, ja, bin ich mit Sledgehammer Call of Duty's besser gefahren als mit Infinity Ward's COD's. Weil, ja, das letzte, was mir bei Infinity Ward's COD's wirklich gut gefallen hat, war Extinction und das war nicht mal von Infinity Ward's, sondern von Neversoft. Also, eigentlich das letzte, was mir, das letzte IW gemachte, was mir wirklich gut gefallen hat, war, äh, ja. MW3 Multiplayer, ähm, würde ich jetzt einfach mal fast sagen. Ich meine, so Ghosts Kampagne oder so, die war schon ganz ordentlich, aber, ja, nichts, was jetzt irgendwie besonders toll im Gedächtnis geblieben ist. Wie gesagt, mit Sledgehammer Multiplayern kam ich immer einigermaßen klar nach AW, also ich kam mit World War II gut klar, äh, gut klar ist nur untertrieben. Und ich kam ja auch mit Vanguard, ähm, wenn man Skill-Based Matchmaking ausklammert, gut klar. Also, wie gesagt, ich fand Cold War zwar hatte die besseren Maps als Vanguard, wobei die in Vanguard auch nicht schlecht waren, aber vom Gameplay fand ich Vanguard tatsächlich doch noch ein bisschen cooler als Cold War. Und, ja, jetzt, ich will ja jetzt einfach mal auf die Details eingehen, die jetzt schon bekannt sind zu Modern Warfare 23. Und zwar direkt, ähm, ja, quasi etwas, was direkt die These untermauert, dass dieses Game eigentlich nur als hier Two-Content-DLC für MW22 geplant war. Und zwar konfirmt alle 16 Launch-Maps von MW2, also vom richtigen MW2, zum Release von MW23. 16 Maps, ja, also das inkludiert allerdings auch so Müll-MW2-Maps wie D-Rail. Ähm, ganz ehrlich, da hätte man lieber irgendwie sich eine Top-Ten rauspicken können und dann vielleicht auch noch irgendwie die ein oder andere DLC-Map inkludiert, irgendwie so Trailerpark oder so. Weil MW2, im Gegensatz zum Original MW3, ist wirklich ein Map-Pool mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Also es gibt meiner Meinung nach extrem geile, ikonische Maps, High-Rise, Terminal und so, und aber auch extreme Müll-Maps. Ja, irgendwie, keine Ahnung, für mich persönlich Karachi, ähm, ja, D-Rail und, keine Ahnung, bei den DLCs auch so Sachen wie Fuel, Bailout fand ich auch mal relativ kacke. Ähm, und MW3 war da tatsächlich eher so, die Maps sind alle spielbar, natürlich waren ein paar besser als andere, aber da gab's jetzt keine Map, wo ich jetzt sagen würde, Body muss unbedingt weggeskippt werden, also in Groundwork zumindest, ähm, da gab es höchstens Carbon, aber die war 6v6 only. Und ich hatte tatsächlich vor, das kann ich ja jetzt eigentlich mehr oder weniger schon mal ankündigen, ähm, ja, im November, wenn die ganzen Call of Duties sich immer jähren, ähm, ja, quasi zu jedem Jubiläum von jedem COD mal ein Map-Tier-Ranking von dem jeweiligen COD zu machen. Also, keine Ahnung, wenn Black Ops jetzt dieses Jahr 13 wird, dann, äh, mache ich da ein Map-Tier-Ranking von Black Ops am Tag von MW2 zum 14-jährigen Jubiläum wollte ich ein MW2-Map-Tier-Ranking machen. Und da die ganzen MW2-Maps ja jetzt in MW23 konfirmt sind, werde ich einen, äh, werde ich das Map-Tier-Ranking vorziehen und jetzt schon nächste Woche hochladen. Ich hatte die nämlich zum Teil schon aufgenommen. Äh, denke ich mal, könnte ja ganz interessant sein, so, weil ich ja auch so viel MW2 gespielt habe und da auch das einzige COD ist, wo ich sagen könnte, okay, ich kann auch die DLC-Maps, äh, relativ gut beurteilen. Ähm, aber was ich eigentlich noch, was eigentlich mehr oder weniger, so, das ist so ein zweiseitiges Schwert, ähm, äh, zweiseitige Medaille, genau. Ähm, hier die, die MW2-Maps in MW23 war. Einerseits, wie gesagt, die Maps sind im Großen und Ganzen gut, auch, und, äh, das Problem ist, die Leute nehmen dann an, dass es sich auch extrem nice spielt in MW23, aber heutiges Gameplay, und das merkt man einfach wieder massiv, wenn man jetzt, äh, zurückgeht und, äh, ja, das Original MW2 jetzt spielt, wo es auf Xbox wieder spielbarer ist. Und man merkt halt, das ganze Tempo und das ganze Gameplay ist einfach ganz anders als COD heutzutage und die Maps werden sich nicht identisch spielen wie damals. Aber sie haben trotzdem zumindest eine Struktur und Gedanken, die sich da durchziehen, also die Maps sind nach wie vor nicht schlecht, ähm, und ich glaube auch, dass die Maps, dass es mit Sicherheit besser ist als die Maps, die wir jetzt, was weiß ich, bei MW2019 bekommen haben, oder wahrscheinlich auch bei MW22, aber es ist halt andererseits auch irgendwie so eine kreative Bankrotterklärung. Übrigens auch eine kreative Bankrotterklärung ist, dass ich hier, äh, Gameplays reuse. Ich habe mittlerweile nach all den Jahren natürlich komplett den Überblick verloren, ähm, welche Gameplays ich schon benutzt habe. Das ist jetzt einmal ein uralt Gameplay gewesen von einem damaligen Clan-Member, also nochmal ein Extreme-Nuke-Fighters-Gameplay und kein Westerbork-Gameplay. Äh, vom, äh, Christopher, vom Tuffy-623. Und danach habe ich noch, glaube ich, jetzt hier noch ein Gast-Gameplay, was mir damals der, äh, Mika, der X-The-Trommel zur Verfügung gestellt hat. Ähm, deswegen so viel dazu. Ähm, ja, kreative Bankrotterklärung, weil diese 16 Release-Maps anscheinend, wie gesagt, vielleicht ist das obsolet, wenn ich, äh, wenn der Reveal schon durch ist, aber die einzigen Release-Maps zu sein scheinen oder sein könnten von MW23. Und wenn man quasi ein neues Spiel releast mit 0 neuen Maps im Multiplayer, ist das schon extrem erbärmlich. Auch wenn da natürlich der Umfang mit 16 Maps zu Release ordentlich ist. Das war übrigens auch was, was bei Vanguard extrem ordentlich war. Die Anzahl der Maps. Wenn ich so überlege, so, keine Ahnung, Black Ops 4, World War II, die waren da schon ein bisschen gespart. Das war tatsächlich ein bisschen schade. Ähm, ja. Ja, aber ich bin mal wirklich gespannt, wie sich dann die Maps, äh, darauf spielen werden. Ich meine, wie gesagt, sollte es keine neuen Maps geben, sollten wir ja eigentlich schon in der Beta MW2-Maps, äh, spielen können. Alleine MW2-Maps in einer Beta. Das ist alleine schon so weird, weil es zu MW2 ja nie eine Beta gab. World at War war das letzte COD mit einer Beta, bis das Ganze in Black Ops 3 wieder angefangen hat. Und, äh, ja, MW2-Maps in einer Beta spielen. Da bin ich mal gespannt. Ähm, und letztendlich war das ganze, äh, Marketing von MW23 ja, wir geben euch das, was ihr eigentlich schon immer für MW22 haben wolltet, jetzt in MW23. Also, euer Feedback von der MW22-Beta wurde jetzt erhöht, äh, erhöht und wir bauen es jetzt in die MW23-Beta direkt ein. Hat ja nur ein Jahr gedauert, Leute, macht nix. Ähm, und zwar, Reddots beim Schießen auf der Minimap, gut, gab's in Cold War auch und Vanguard hatte das, äh, zumindest mit einem Perk inkludiert. Perk-System reverted, ähm, nicht wie in MW22, wo man zwei Perks zum Spawn hatte und die anderen zwei über die Laufzeit des Matches dazu verdient hat, sondern jetzt einfach wieder klassisches Perk-System. Ich weiß nicht, wie viele Perks man wählen kann. Das soll wohl jetzt in Form von Gear sein. Also jetzt irgendwie, dass man Soldaten hat, den Kleid ist da ein mit Boots, Weste und sonst was. Und diese Klamotten haben dann die verschiedenen Perks. Nehmen wir an, optisch wird das keinen Effekt haben, weil sonst würden sie sich einen Klotz ans Bein hängen, wenn sie ihre, äh, ja, Custom-Sachen verkaufen wollen. Und, ja, eine Änderung, wo ich jetzt sagen muss, keine Ahnung, die sagt irgendwie nicht viel aus, ist 150 HP. Weil die Frage ist immer, auf was für einer Grundlage ist das, ja? Ja, einfach davon ausgehend, dass wir immer 100 HP hatten, bis einschließlich World War II, also weil Black Ops 4 ja war das erste, was ja 150 oder so hatte. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass die alle 100 HP hatten, gab es doch echt massive Unterschiede zwischen, keine Ahnung, MW2 oder Black Ops 3 und so von der Time-to-Kill. Das heißt irgendwie, für die Time-to-Kill finde ich das nicht so aussagekräftig, außer der Tatsache, dass die Time-to-Kill langsamer ist als in MW22. Ich meine, MW2019 und Vanguard, und ich glaube MW22 war da ähnlich unterwegs, die waren halt schon extrem schnell, also so eine schnelle Time-to-Kill brauche ich auch nicht. Aber ich will auch definitiv keine so langsame Time-to-Kill haben wie in Black Ops 4. Deswegen, da bin ich mal gespannt, wird man in der Beta sehen. Ähm, dann Map-Voting soll wieder am Start sein. Wie gesagt, das sind alles Features, die wir früher immer hatten. Also, sie baiten einen quasi, indem sie ein Jahr lang wirklich das Schlechteste vom Schlechten raushauen, um dann alte, geliebte Features zurückzubringen und sich dafür feiern zu können. Ähm, dann, was auch noch heute confirmed wurde, ist, ähm, Zombies. Das erste Mal Modern Warfare mit Zombies. Und, ähm, was hat Activision da gepostet? Ich muss das gerade mal eben nachgucken. Sie haben nämlich sogar etwas dazu geschrieben zu Zombies. Also, der Leak war ja, dass es Outbreak ist mit einer neuen Karte. Also, wie, ähm, der Modus, dieser Open-World, sag ich jetzt mal, Modus in, ähm, oder riesige Karten-Modus wie in Cold War. Und, ähm, ja, Call of Duty hat gepostet vor einer Stunde, wo ich das hier sehe. Ähm, also hier, the future of Call of Duty is almost here. Bring your camels, weapons, blueprints and more from MW2 to MW3. Und, ähm, genau, dass die Waffen quasi übernommen werden, stimmt, das hatte ich, glaube ich, hier in dem Video noch gar nicht angesprochen. Also, ich weiß nicht, ob alle Waffen aus, äh, MW22 am Start sein werden in MW23. Aber die, die am Start sein werden, und das werden viele sein, sind auch direkt gelevelt. Also, die Leute, die im Gegensatz zu mir MW22 gespielt haben, haben dann einen kleinen spielerischen Vorteil im MW23, weil sie dann schon gute Attachments unlockt haben. Also, das heißt, wenn das einfach so rübercarried, können wir eigentlich davon ausgehen, dass sich am Gunsmith nichts ändern wird. Finde ich persönlich schade. Ähm, ich weiß, manche mochten das in Vanguard nicht, aber ich fand, es ist in Vanguard einen kleinen Versuch, aus diesem komplexen System etwas Simpleres zu machen, indem man einfach überall ein Attachment draufballern konnte und sich nur innerhalb einer Kategorie entscheiden musste, okay, welches Pro- und Contra-Perk gefällt mir am besten. Oder welcher Pro- und Contra-Attachment. Und das fand ich halt in, äh, ja, MW2019 immer relativ schwierig, auch in Cold War. So nach dem Motto, ich kann, hab irgendwie acht Attachment-Slots, kann aber nur fünf Perks, äh, fünf Attachments ausrüsten. Und bei welchen, also welche fünf kann ich nehmen, wo ich die wenigsten Nachteile für mich habe? Also, wie gesagt, ich war ja eh kein Riesen-Fan von Gunsmith, aber in Vanguard fand ich den noch am, sagen wir mal, einsteigerfreundlichsten oder am simpelsten. Dann, ähm, Zombies, also wie gesagt, Zombies, und sie haben gesagt, es ist, ähm, the, äh, biggest, boah, wie, ich muss gerade nochmal schauen, das hat gar nicht Call of Duty auf ihrem Twitter-Account gepostet, also wieder absolut beste Vorbereitung für ihren Kommentar hier, äh, ihr kennt's, ähm, Call of Duty Modern Warfare 3, so schreiben sie es, Will be the first Modern Warfare game to have Zombies mode, the largest Zombies offering to date. Und wenn es wirklich, also, largest, könnte natürlich einfach nur heißen, die größte Karte, aber, ähm, das würde natürlich für Outbreak sprechen, aber wenn man an sich sagt, the largest offering, erwarte ich halt viel Content. Und das würde eigentlich auch mehr Maps für mich inkludieren und eigentlich auch Round-Based Zombies, weil das ist eigentlich das, was die Leute wollen. Und, keine Ahnung, da gab's auch schon wieder Leute, die dann ankamen, oh ja, gibt's jetzt endlich Zombie Chronicles 2, aber, ich weiß nicht, irgendwie, glaube ich, weil Treyarch ist ja, also Zombies ist ja so Treyarchs Baby, und da Treyarch nächstes Jahr mit ihrem komplett eigenen Game wieder ankommt, nach vier Jahren Abstinenz, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich viele krasse Zombie-Ideen auch dafür aufheben. Deswegen, da bin ich mal gespannt, äh, wie gesagt, mittlerweile seit MW 2019, seitdem Call of Duty diese, dieser, dieses Hub, oder dieser Hub geworden ist, ähm, wo einfach alle Studios querbeet dran arbeiten, ist eh, jedes Call of Duty irgendwie hat, also, keine Ahnung, man merkt jetzt nicht mehr so die Signatur von den einzelnen Studios so krass dadurch. Und, ähm, wie gesagt, Zombies in Modern Warfare war früher irgendwie auch undenkbar. Und was interessant werden könnte, ist, Modern Warfare hatte auch, ich meine, damit haben sie in MW 22 schon gebrochen, man konnte theoretisch jede Modern Warfare Platin, also aus trophäentechnischer Sicht, jede Platin theoretisch holen, egal wann, egal ob Server abgeschaltet werden oder nicht, weil Modern Warfare immer nur Offline-Trophäen hatte. Ja, bis einschließlich Modern Warfare 2019. Da gab's zwar auch Spec Ops, aber das war nur DLC, also die Platin hätte man theoretisch immer holen können. Und MW 3 Spec Ops ging sowieso solo, und MW 2 Spec Ops, aber die Sachen, die man zwingend im Koop machen musste, konnte man auch im Splitscreen holen. Und in MW 22 ist Spec Ops online verpflichtend geworden, und man kann es, und es ist Teil der Platin, das heißt, wenn irgendwann die Server abgeschaltet werden, was weiß ich wann, von MW 22, dann gute Nacht. Und deswegen, weil wir damit schon gebrochen haben, würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn es das erste Modern Warfare-Game wird, mit online, also PvP-Multiplayer-Trophäen. Und ich hab ja gerade auch in den letzten Jahren, sagen wir mal in den letzten, mittlerweile sind es ja schon so sieben Jahre oder so, seit ich aufgehört hab, MW 2 und so aktiv online zu spielen, hab ich ja wirklich mich hauptsächlich dem Trophäenhanden beim Zocken zugewandt, zugewandt und hab natürlich dann noch viele Trophäunter kennengelernt, die zwar auch MW 2 und so Platin gemacht haben, aber nie irgendwie MW 2 und so online gezockt haben, oder zumindest nicht nennenswert, wenn überhaupt. Und alleine die Tatsache, wenn wir jetzt hier Online-Trophäen kriegen sollten, und sei es nur sowas wie Rang 55, dann einfach mit den Leuten, die jetzt mittlerweile wirklich gute Freunde von mir sind, mit denen die Original-MW 2-Maps zu spielen, und sei es nur in MW 23, ist irgendwie was, wo ich irgendwie Bock drauf habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Was, ja, Call of Duty auch noch konfirmt hat, ist halt Campaign Early Access. Ah ja, hatte ich schon erzählt. Aber was ich, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, was sie angegeben hatten bei Kampagne, ist Experience New Open Combat Missions in Campaign. Was auch immer das heißt. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie so, so riesen Schlachtfeld-Missionen, wo ich dann am besten noch irgendwie Befehle geben kann. Also da kommen unangenehme Erinnerungen an diese komischen Missionen in Black Ops 2. Diese Strikeforce-Missionen oder wie die hießen, die fand ich persönlich immer relativ schrecklich. Auch wenn manche Leute die gelobt haben dafür, dass sie halt mal sich abgehoben haben von der Masse, was sie natürlich auch haben. Aber ich fand das, wie gesagt, nicht cool. Ja, der Makarov-Trailer von Modern Warfare 23 ist ja auch schon eine Woche jetzt raus. Bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil das Problem, was ich habe, und ich meine, ich habe MW-2019 die Story selbst gespielt und von MW-22 habe ich einen kompletten Walkthrough gesehen mit kompletten Gameplay auch, also nicht nur die Cutscenes. Und die funktionieren als eigene Teile für sich. Aber es ist für mich eher so ein Tales-from-Taskforce-141-Konzept. Also irgendwie die Verbindung zwischen, also sagen wir mal so, die Verbindung zwischen MW-1 und MW-2 war auch damals im Original, ja gut, das ist halt jetzt ein Nachfolger, die war an manchen Stellen etwas dünn. Aber die Verbindung zwischen MW-2019 und MW-22 war, abgesehen von wiederkehrenden Charakteren, quasi non-existent. Und ja, ich habe jetzt auch das Gefühl, Makarov ist jetzt wieder komplett reingesteuert, so nach dem Motto, ja, wir brauchen jetzt diesen Ultimate Villain. Und den haben wir ja, der kam damals bei Modern Warfare bei der Trilogie gut an. Deswegen hauen wir ihn jetzt in Modern Warfare 23 rein. Und ja, sollte es jetzt wirklich eine Trilogie sein, und ich könnte mir vorstellen, dass wir diesmal sogar auch ein Modern Warfare 4 bekommen, aber sollte es eine Trilogie sein, dann ist das schon irgendwie echt gespart, wenn man mit dem ersten, nennenswerten, richtig großen Supervillain im letzten Teil ankommt. Das wirkt dann irgendwie, das erinnert mich ein bisschen an die letzten Bond-Filme unter Daniel Craig, wo der Bond-Villain auch irgendwie erst so nach der Hälfte des Films das erste Mal vorkam. Und ja, das finde ich dann irgendwie ein bisschen gespart. Wie gesagt, auch so die Verbindung von MW22, wo es um natürlich diese Terroristen ging, aber sagen wir mal, die Nahost-Terroristen, und vielleicht noch das mexikanische Drogenkartell. Das hat irgendwie nichts, also da sehe ich jetzt nicht die Verbindung zu den Ultranationalisten in Russland. Und ich gehe mal davon aus, dass Makarov wieder ein Russe ist. Das wäre irgendwie weird, wenn dem nicht so wäre. Ja, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Und ich meine, die Original-Synchronstimme von MW3-Makarov, die war halt absolut legendär. Eine der geilsten Synchronstimmen, die ich je irgendwo gehört habe. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Also ich meine, die Kampagne könnte solide sein, aber als Trilogie, was halt die MW-Trilogie in der Story so geil gemacht hat, da sehe ich halt irgendwie nicht, dass man da das noch vernünftig irgendwie zusammenschnüren kann. Wie gesagt, Multiplayer könnte für mich ganz interessant sein. Ich habe MW22 ausgesetzt, habe im Prinzip dann vielleicht ein paar Sachen aus MW22 nämlich mit. wenn ich jetzt MW23 spiele oder lerne sie dann kennen. Aber ja, letztendlich kriege ich nach allem Anschein nach besseren Multiplayer als den, den ich jetzt weggelassen habe. Also insofern alles richtig gemacht. Ja, ich werde vielleicht in die Kommentare irgendwas schreiben, wenn sich irgendwelche neuen Erkenntnisse für mich ergeben anhand meiner, ja, wenn ich auch den Reveal-Trailer gesehen habe, weil ich nehme an, das wird wahrscheinlich im Warzone-Event wieder genauso ablaufen wie in Cold War und Vanguard. Man macht irgendeine Quest in Warzone und am Ende wird dann halt der Trailer abgespielt, den man danach dann auch auf YouTube gucken kann. Deswegen mal gespannt, ob ich da meine Meinung zu irgendwas ändere oder ob da irgendwas komplett Neues rauskommt, wo ich noch unbedingt meinen Senf zu abgeben muss. Ansonsten gibt es als nächstes Video, wie gesagt, das MW2-Map-Ranking und das war's soweit. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu MW23 in die Kommentare schreiben. Bis dann, haut da rein! Ja, man hat gewonnen, ne?